Ich bin Nele Berg und ich habe diesen Monat mein duales Studium an der DHBW in Heilbronn abgeschlossen. Ich habe da BWL Food Management studiert und das ist ein sehr, sehr besonderer Studiengang, muss ich sagen, weil man einerseits die sehr wichtigen Grundlagen in der Betriebswirtschaftslehre lernt, andererseits sich aber spezialisiert auf den Lebensmittelsektor. Da hatten wir verschiedene Warenkundefächer, wo wir zum Beispiel uns mit Brot und Backbarn beschäftigt haben oder mal mit Joghurt, mal mit Obst und Gemüse und da natürlich auch immer fleißig gekocht haben, ausprobiert haben und auch verschiedene Gewürze kennengelernt haben, so da einfach ein sehr breites Wissen uns eingeeignet haben. Dazu zählen natürlich auch Themen wie Lebensmittelkennzeichnungen oder ähnliches. Und was ich sehr, sehr besonders fand an meinem Studium, ist die Möglichkeiten, die die DHBW Heilbronn einem bietet. Das ist ein sehr, sehr moderner Campus und wir haben eine Campusfirma zum Beispiel, eine eigene, in der Kaffee geröstet wird und verkauft wird. Das ist auch eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, da erste Erfahrungen zusammenmeln in der Unternehmensführung und wie sich so ein kleines Start-up anfühlt. Aber natürlich hatten wir auch den Praxisbezug zu unseren dualen Partnern und das finde ich was ganz, ganz Elementares an dem dualen Studium, dass man eben nicht nur Stropide in der Theorie was auswendig lernt, sondern direkt dann drei Monate später in der Praxis ist, im Unternehmen ist und das Wissen anwenden kann. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr glücklich, das Studium in Heilbronn gemacht zu haben. Das war wirklich eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Das war wirklich ein, sehr glücklich, das war wirklich ein, sehr glücklich.